Mir ist aufgefallen, dass ich euch noch gar nicht den Titlescreen gezeigt habe. Deswegen, hier ist der Titlescreen von The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Und natürlich auch, was ich euch nicht vorenthalten möchte, der Loading Screen. Warum habe ich hier eigentlich... Es gibt automatisches Speichern auch? Okay. Das war kurz bevor ich gespeichert habe, ja, gut. Super. Ich habe eigentlich beim ersten Speicherstand gespeichert. Ich speichere eigentlich immer beim ersten Speicherstand, aber irgendwie habe ich aus Versehen auf den zweiten geklickt. Was auch immer ist, egal. Ich habe euch auf jeden Fall jetzt den Titlescreen und den Loading Screen gezeigt. Beziehungsweise halt den Speicherstandscreen, besser gesagt. Mit der schönen Fairy Fountain Musik. Und hier oben spielt jetzt auch endlich Musik. Ich weiß nur nicht, von was diese Musik ist. Die hört sich halt so ein bisschen nach dem Wald von Phyron an. Es kann sein, dass die immer so spielt, dass sie zu dem Gebiet passt, in dem man gerade ist. Oder zu einem Dungeon passt, den man gerade aktuell gemacht hat. Was auch immer. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob die sich ändert. Oder ob die so bleibt. Weil wenn die so... Achso, ja klar. Habe ich schon aktiviert. Und jetzt muss ich nur noch die Steintafel einsetzen. Weil wenn die so bleibt, dann ändert sie sich nicht... Dem... Dem... Da kommt der Strahl. Dem Dungeon entsprechend. Was auch Sinn machen würde. Weil... Ja... Das ist dann halt so die... Die Melodie für... Die Göttin-Statue. Klar. Wäre ich auch vollkommen okay mit. Gebieter! Ich stelle fest, dass ich in nordöstlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Äh, ja. Ich würde da jetzt auch direkt hin. Außer mir fällt kurzerhand noch was ein. Wie viele Rubine habe ich? Ja, zwölf. Wir haben alles bei Terry rausgehauen. Heißt, wir können... Ach, nichts mehr bei Terry holen. Okay. Cookie, meine Cookie, wo bist du nur? Ach, wo ist meine kleine Cookie denn bloß? Oh nein. Was mache ich denn nur, wenn man sie entführt hat? Oh, du bist es, Felix. Äh, ja. Das hast du richtig erkannt. Was ist los? Wie gut, dass ich dich treffe. Hast du meine kleine Cookie zufällig gesehen? Kannst du mir erstmal sagen, wer Cookie ist? Sie ist meine Tochter. Ein kleines, süßes Mädchen von fünf Jahren. Oh. Ich bitte dich, Felix. Wir sind nach meiner Tochter suchen. Ich bin schon ganz verzweifelt. Wer würde sie... Oh. Okay. Ich wollte gerade fragen, wer würde sie entführen, aber wenn du finstere Gestalt sagst... Es gibt sogar Leute, die behaupten, sie wäre von einem fürchterlichen Dämonen führt worden. Was soll ich nur tun? Meine liebe kleine Cookie ist verschleppt worden. Da bin ich ganz sicher. Bitte finde meine kleine Cookie. Ich bin sicher, sie hat furchtbare Angst. Ich bitte dich, Felix. Ja, okay. Ich such sie. Vielen Dank. Ich wusste, dass auf die Schüler der Ritterschule Verlass ist. Ich zähle auf dich. Meine kleine Cookie, bitte finde sie so schnell du nur kannst, wenn etwas zugestoßen ist. Nein. Ich mag gar nicht daran denken. Jan, hör auf, hier rumzuschreien. Das bringt auch nichts. Entspann dich erstmal ein bisschen. Wenn du da oben die ganze Zeit rumstehst und da von da oben runterschreist, das bringt ja auch nichts. Ist ja Quatsch. So. Und ich meine noch zu wissen, was man machen muss. Das ist eigentlich ganz logisch, was man tun muss. Nämlich Schmetterlinge sammeln. Von Spaß. Ich meine, man muss erstmal mit einer Person reden. Okay, mit ihr können wir auf jeden Fall reden. Sie hat was zu sagen. Hast du das gehört? Ein kleines Mädchen ist verschwunden, als sie beim Friedhof gespielt hat. Wie kann denn in solch einem kleinen Dorf ein Kind verschwinden? Äh, ja. Ich sag lieber mal eine Tragödie. Du sagst, es könnte sein, dass sie von einem Dämonen verschleppt wurde? Kann doch nicht möglich sein. Ah, da fällt mir was ein. In der Nähe des Wolkenhorts lebt ein alter Mann, der oft etwas über Dämonen erzählt. Er redet ständig wehres Zeug. Deshalb hat ihm bis jetzt niemand so recht geglaubt. Wo der alte Mann jetzt ist? Ich glaube, dass er meist in der Kürbisbar hockt. Aber du musst deinen Wolkenvogel dorthin fliegen. Vergiss das nicht. Ja klar. Das weiß ich. Da waren wir ja schon. Beim, ähm, bei dem Mann. Nur, ich weiß nicht, ob ich mal meine Fee einsetzen soll. Ich glaube, ich setze meine Fee nicht ein. Ich denke, wir werden... Obwohl, ich denke, wir kriegen sowieso noch eine neue Fee, oder? Ja, komm. Ich glaube, ich werde meine Fee einfach einsetzen. Und dann werde ich mal die Suppe liefern gehen. Scheiß, Dreck. Kann ich das Fee da anvisieren? Jawoll, da haben wir ihn. Ich denke nicht, dass man die anvisieren kann, aber... Mit ein bisschen Mühe kann man die auf jeden Fall echt easy anrempeln. Und ich finde es gut, dass bei den kleinen Inseln... Nicht geladen werden muss. Weil, ihr wisst ja, im Wolkenhort, wenn man da abspringt... Dann gibt es eine Ladesequenz. Nur hier nicht. So, dann verschwende ich die Fee mal. Und sag ihm hier, dass ich eine leere Flasche habe. Bringen sie mir Schwertmeister aber hurtig. Ach, eine Sache noch kleiner. Der Schwertmeister kann kalte Suppe nicht ausstehen. Du sollst dich mit deiner Lieferung beeilen. Äh, ja, okay. Das Wolkenhort-Monster. Eigentlich ist es gar kein Monster, sondern ein Dämon. Niemand überlebt die Begegnung mit ihm. Was, du willst wissen, ob ich ihn schon mal gesehen habe? Ja. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich hab ihn gesehen. Und ich kann auch nur davon berichten, weil ich die Beine in die Hand genommen habe und geflitzt bin. Jemand mit weniger Glück hätte mit Sicherheit ins Gras gebissen. Genauso sei. Ich habe dieses Biest mit eigenen Augen gesehen und lasse mir nichts anderes erzählen. Es lief auf dem Friedhof mitten in der Nacht rum. Der Dämon schlug auf einen Grabstein beim großen Baum, welcher sofort hell aufleuchte. Dann schob er einen Grabstein zur Seite und es öffnete sich ein Gang. Der Dämon ging rein. Ich werde diesen Augenblick meinen Lebtag nicht vergessen. Halte ich nachts vom Friedhof fern. Heiße Kürbissuppe. Oh ja, geil. Sorry, die ist kalt geworden, Bro. Was soll das heißen? Du hast keine Kürbissuppe mehr. Es will mir nicht, dass du sie selbst gegessen hast. Wusstest du vielleicht ein Spaßvogel? Ihr, nimm eine neue Portion. Okay, sehr gut. Aber für die Kosten musst du trotzdem aufkommen. Das macht 10 Rappine. Ja, gut. Wenn ich dadurch den Timer nochmal zurücksetzen kann, dann ist mir das auf jeden Fall wert. So. Sam soll er sich mal nicht so anstellen. Ist doch... Save. Keine 10 Rubine wert. Sondern weniger. In der Herstellung. Stimmen nur zwei Rubine. So wie es bei allem ist. Im Real Life. Sproulade ist 10 Cent wert, wenn man sie herstellt. Und iPhones 5 Euro. Also ein bisschen lächerlich, dass er da einen Affen macht. Aber na gut, was soll's. Äh, ja. Ich muss zum Schwertmeister. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. So. Okay, wir landen hier. Und man muss ZR nicht drücken. Warum wird einem das denn überhaupt angezeigt? Ich finde, man sollte dann einfach auf den Boden klatschen, wenn man ZR nicht drückt. Ist ein bisschen scheiße gemacht. Aber na gut. Hallo, Felix. Übst du auch fleißig mit dem Schwert? Hm? Das... Das gibt's doch nicht. Meine heißgeliebte Kürbissuppe. Der Besitzer der Kürbisbar hat dich gebeten, mir was davon zu bringen. Und du hast einfach so eingewilligt? Nee, eigentlich nicht. Oh, verstehe. Dabei habe ich ihn extra herum gebeten, mir jeden Tag meine Suppe zu bringen. Wenn ich nur einen Tag ohne diese Kürbissuppe leben muss, werde ich zum wilden Affen. Hä? Ich meinte, dass... ich nicht einfach für ihn gearbeitet habe, weil er mich gefragt hat. Fuck. Na klar, die ist für dich. Ah, näher damit. Ah, hol dich. Nö. Haha. Was bist du denn für ein Scherz, Wald? Hast du nicht gebeten, mir Suppe zu bringen? Was soll denn das? Wenn du es selbst essen möchtest, dann bring mir gefälligst eine neue. Aber wehe, wenn sie nicht heiß ist. Oh, dann raste ich aus. Nein. Spaß, Bro. Hier ist es. Äh, hier ist sie. Deine Kürbissuppe. Bitteschön. Mh. Einfach lecker. Kürbissuppe schmeckt eben nur, wenn sie so richtig heiß ist. Gut gemacht. Bitte richte den Besitzer der Kürbisbarme einen besten Dank aus. Jo. Mach ich. Kein Ding. Mh. So. Das Herzteil. 100 Rubine wahrscheinlich. Die, ähm, Rubine waren, glaube ich, sieben. Also ein blauer, zwei grüner. Also bin ich mal gespannt, wie viele Aufgaben der Bursche noch hat. Ey, Felix! Ach, du warst in Terrys Laden? Pah, du doofer Angeber. Kuki? Haben neulich beim Friedhof zusammengespielt und meine Mama hat mich gerufen und ich bin nach Hause gelaufen. Was ist denn passiert? Äh, das, äh, ist nichts für Kinderhorn. So. Und jetzt werde ich mal auf den Friedhof gehen. Und zwar bei Nacht. Ich will nicht mit dir reden. Dankeschön. Kokoshaus. Na, da muss ich in... Na, na, okay. Na. Na, okay. Bis wann möchtest du schlafen? Bis nachts. Äh, äh. Er kloppt sich da einfach komplett drauf. Alles klar, dann. Schauen wir mal nach. Hallo, Felix. Rein spaziert. Ist Koko auch schon fleißig in der Schule? Warum hängst du hier rum? Es ist nachts. Entspann dich doch mal. Willst du etwa schon nach Hause gehen? Falls du unterwegs Koko begegnest, rede mal mit ihm, ja? Hä, was? Worüber denn? Er war Koko noch mal. Was? Der, den ich nicht gemocht hab? Ach, kein Plan. Oh. Oh, kriegen wir jetzt vielleicht mal Gelee? Nein. Was soll denn der? Scheiß. So. Auf jeden Fall öffnet sich jetzt hier der Gang. und wir können passieren. Ja, springen kann ich. Ah, B. Sehr nice. Dann schauen wir mal, wo die liebe Kuki ist. ein Kuki. Lass sie in Ruhe, du Monster. was zum... Los, Link, stech ihn ab! Was geht, Bro? Ah, du bist aufs Maul oder was? Ah, Hilfe! Nicht schlagen, bitte verschone mich! Äh. Alles gut, Bro? Ich mag furchteinflößend sein, aber ich bin kein Unhold. Lass mich dir zuerst etwas erklären. Mein Name ist Mosego und wie du ja sehen kannst, bin ich ein Dämon. Ich wohne hier im Wolkenhort. Okay. Aber ich tue keiner Seele etwas zu Leide und Kindesentführung liegt mir fern. Im Gegenteil, dieses kleine Mädchen ist die Einzige, die keine Angst vor mir hat. Die Tatsache, dass sie mit mir Zeit verbringt, ist wie ein Geschenk für mich. Ich wäre ja so gerne mit den Menschen hier im Dorf befreundet, doch leider fürchten sich alle aufgrund meines dämonischen Aussehens vor mir. Dabei würde ich mich wirklich gerne mit den Menschen anfreunden, aber ich fürchte, dass mein Aussehen sie immer wieder in die Furcht treiben wird. Es ist eine Tragödie. Hm. Obwohl, es gibt da allerdings eine Legende, die man sich unter Dämonen erzählt. In ihr ist von den Juwelen der Güte die Rede, die man erhält, wenn man den Menschen eine Freude bereitet. Mit einer großen Anzahl dieser Juwelen der Güte soll es möglich sein, sich von einem Dämon in einen Menschen zu verwandeln. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich möchte ein Mensch werden. Junger Edelmann, ich habe das Gefühl, dass du ein Mensch reinen Herzens und voller Güte bist. Aus diesem Grund würde ich dich gerne bitten, für mich die Juwelen der Güte zu sammeln. Würdest du das für mich tun? Ja, ich helfe dir. Tatsächlich? Klar, warum nicht? Ich habe gehört, wenn Menschen hilft, ihre Probleme zu lösen, erhält man die Juwelen der Güte. Manchmal erscheinen sie auch an Orten, an denen sich viele Menschen versammeln, überall im Wolkenmeer. Auch der Wolkenhorst in solcher Art. Oh, das reimt sich. Ich habe dich, der du reinen Herzens bist, verzaubert, sodass du von nun an die Juwelen der Güte sehen kannst. Der Zauber wirkt jedoch nur nachts. Suche die im Wolkenmeer verteilten Juwelen der Güte, also stets in der Nacht. Ich werde dich selbstverständlich reich dafür belohnen, das steht außer Frage. Ja, gut. Ist bei dir alles wirklich in Ordnung? Der Dämonenonkel ist gar nicht böse. Er hat mich gerettet, als ich fast von einer Klippe gefallen wäre. Nachts ist es draußen gefährlich, hat er gesagt. Deshalb warte ich, bis es hell ist, dann gehe ich wieder zurück zur Mama und sage ihr, wo ich war. Okay. Ist aber schon ein bisschen länger hier, ne? Na gut. Wenn es dir gut geht, dann habe ich nichts dagegen. Und der Dämon scheint jetzt wirklich nicht der schrecklichste zu sein. Im Gegenteil. Er wickt freundlich. Na dann. Bin ich mal gespannt, wie schwer das nochmal ist, diese Juwelen der Güte zu sammeln? Hau ab. Denn ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass ich als Kili nicht alle gesammelt habe oder nicht alle sammeln konnte, wie auch immer. weil ich das zu schwer fand. Ich würde das Vieh gerne einfangen. Hallo. Komm halt her. Ja. Ja. Ah, er fliegt weg von mir. Muss ich dann vielleicht so von hier kommen? Ja. Ja. Jawohl. Schön. Schönes Ding. Hi. Hau ab. Und er sagt, wo sich viele Menschen versammeln. Vielleicht... Oh. Ah, okay. Ich habe ihn. Nein, nicht das Vieh schon wieder. Oh, Mann. Okay. N habe ich. Wo ist der andere hin? Hier ist er. Jawohl. Schön. Vier Schmetterlinge habe ich gesammelt. Ob ich sie sammeln können. Ist nachts verschlossen oder was? Was zum Teufel? Oder... Achso, oben ist wahrscheinlich nur auf, ne? Damit die Viecher nicht reinkommen. Ja, okay. Aber, ähm... Ich meine... Fliegen viele Fledermäuse rum. Was zum Teufel? Das Badezimmer ist dicht. Okay. Meistertütorszimmer. Oh, ähm... Okay. Okay, er ist da, aber... ist alles gut. Ist mal schön in den Schrank reingelotzen. Na gut. Gehen wir nicht weiter auf den Sack. Was ist hier? Gironas Zimmer? Zeldas Zimmer. Abgeschlossen. Meister Otuszimmer. Ja, komm. Direktor Gepporas Zimmer. Äh... Ja, gut. Ich will eigentlich nur nach den Juwelen schauen. Vielleicht schaue ich auch online, wo es die gibt. Ich weiß es noch nicht ganz. Ich denke tatsächlich, ich werde das online nachschauen, weil ich habe auch noch sehr... Ups. Sehr stark im Sinn. Das ist halt eine ziemliche Assi-Aufgabe ist, die Dinger zu sammeln. Und deswegen werde ich das hier im Let's Play allerhöchstens über eine Komplettlösung machen. Muss ich leider, sonst langweile ich euch hier zu Tode. Also werde ich mir einfach mal anschauen, wo es hier so gibt, die Dinger und ja, obwohl oder so dann zu Ende, dass wir die sammeln. Hm. Ich muss mal schauen. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall muss das erstmal nicht unsere Sorge sein. Wir möchten jetzt erstmal ins neue Gebiet blinken. Dankeschön. Dafür müssen wir nochmal pennen gehen. Ich werde jetzt, wo ich hier schon auf dem Weg bin, drüben pennen gehen. Bei ähm, ja, bei den Hä? Noch mal ein Glühwürmchen. Bei den Wohnungen. Zack. Da haben wir es. Und ich werde logischerweise hier immer die Insekten mitnehmen, weil ich eine Möglichkeit dazu habe, weil ich die nicht hinter dumm sammeln sammeln möchten muss. Genau. So ist richtiges Deutsch. Ähm, ja. Ich habe noch über den Satz nachgedacht. Oh, dieses Kind will einfach nicht schlafen. Was mache ich nur? die Mama? Ach, meine Frau, sie arbeitet den ganzen Tag im Laden und braucht ihren Schlaf. Hä, du auch? Wenn sie nicht ihren Schlaf bekommt. Okay. Bis wann möchtest du schlafen? Bis morgens. Ja, dann gehe ich mal eine Runde knacken, wenn du nichts dagegen hast. guten Morgen. Nein, wenn er sowieso nicht pennen geht. So. Dann gehen wir mal los. So. Ah ja. Äh, äh, hab's vergessen. dumm. So. Gehen wir nochmal da zum Kürbisladen. Drecksvieh. Komm schon. Der Rubina. Ja. Wo ist das denn jetzt? Ach, egal. Wir werden hinterher noch genug Probleme bekommen, da bin ich mir sicher. So. Los geht's. By the way, was ist da drüben? im Ernst, was ist da? der hell? Bis zum Teufel? Okay. Okay. Ja gut, keine Ahnung, was das sein soll. Ähm, war jetzt auch ziemlich unnötig von mir das nachzusehen, aber ich keine Ahnung, es hat mich jetzt einfach interessiert. also los. Richten wir ihm aus, dass wir die Kürbissuppe weggebracht haben. Erfolgreich weggebracht haben. Nettes Detail, dass er hier ja, joggt in der Bude, nicht hier durch die Gegend sprintet. Ausgezeichnet, du hast dem Schwertmeister die Suppe gebracht. Nun, dann lass mich das kurz mit deinen Schulden für den kaputten Kronleuchter verrechnen. Hm, aber schuldenfrei bist du immer noch nicht. Ich finde schon noch eine neue Aufgabe für dich. Schau später wieder bei mir vorbei, vielleicht ist mir bis dahin was eingefallen. Na gut. Ist da wieder was oben? Nein. Aber safe, sobald wir die Aufgaben gelöst haben, ist da wieder ein Kronleuchter und da ist dann wieder irgendeinen Scheiß drauf. Oh Mann, Ich freue mich schon, einen neuen Kronleuchter runterzuwerfen. Naja, gehen wir jetzt erst mal ins neue Gebiet. So, wie ich das gesehen habe. Gibt es vier Gebiete, aber da frage ich mich, äh, da frage ich mich gerade, mir fällt noch ein Gebiet ein. War das vierte oder gibt es doch oder gibt es doch nur drei? Wenn ja, dann verstehe ich, warum Leute sagen, ja, ziemlich kacke das Game. Ist halt kurz, ich weiß nicht, ich weiß nicht, irgendwie gefiel mir das als Kind echt gut, das Spiel. wahrscheinlich, weil ich hier, äh, mich so viel im Wolkenort auf, ähm, herumgetrieben habe. Hm. Ich habe mich wahrscheinlich sehr viel mit den Nebeninseln beschäftigt. und deswegen hat das bei mir immer alles länger gedauert, weswegen ich das dann halt nicht, äh, ach nein, jetzt erinnere ich mich wieder. Und ich konnte es gerade nicht von ihr vorlesen, weil ich erstmal labern wollte. Dieses Gebet besteht zu 65% aus Labern, ist voller Kreaturen, die sich an das Feuer gewöhnt haben. Ich empfehle auf Gegenstände aus Holz sowie deine Kleidung besonders Acht zu geben. Ja gut, äh, was soll ich mit meiner Klarung machen? Ausziehen oder was? Falls du ein Brandgerät würde eine Rolle oder eine Wirbelattacke das Feuer vermutlich löschen. Nein, das sind drei Gebiete anscheinend. Einmal hier der Vulkan, dann noch dahinter und dann links unten nochmal das Gebiet. Okay. Na gut. Aber ich meine, da kommt noch was, äh. nicht nur nochmal extra Content hier in den Gebieten. Oh. Oh. Und ich hab doch nicht auf dem zweiten Spielstand gespeichert, sondern das ist einfach immer der, äh, Zwischenspeicher. Okay. Ich muss auf jeden Fall immer daran denken, wenn ich diese Würfel sehe, dass ich versuche, da die auszulösen direkt. Weil ich hab ja immer noch das Mindset so ein bisschen, ja, das kann ich eigentlich gar nicht, das kommt später, aber nein, nein, das kann ich, das kann ich, das kann ich. So. So. Was ist das hier für eine fröhliche Musik? What the hell? Äh. Halt, halt, halt. Das ist nicht so, dass du ein Revier verwüst ist. Moment. Hey, Ferry, er sieht nicht so aus, als würde er zu den roten Kerlen gehören, oder? Hm, ja, ne. Ja, ja, kann schon sein, aber man muss ja uns erschrecken. Nix für ungut, aber in letzter Zeit treiben sich in unserem Revier ganz schöne, ganz schön viele ungebetene Gäste herum. Deswegen liegen wir hier auch im Hinterhalt, um es den Kerlen mal ordentlich zu zeigen. Puh, gerade du hast du doch vor Angst gezittert. Wenn du ja auch nach Schätzen suchst, nimm dich auf jeden Fall von roten Kerlen in Acht. Okay, danke, Bros. Fein, äh, ziemlich direkt, aber trotzdem nett zu sein. So mag ich das ja eigentlich. Wenn Leute viel dumm herumreden, ohne einen vernünftig zu sagen, äh, was Sache ist, was sie, was sie halt kacke finden und so. Das mag ich halt nicht, weißt du? Das mag ich halt absolut nicht. Dann lieber, okay, dann lieber einfach direkt, aber trotzdem freundlich. So wie die beiden. Oh. Nice! Du hast zwei Magmarinenkäfer gefangen. Angeblich färbt sich dieses Insekt rot, wenn man es mit Erz füttert. Ist sehr ruhig und bewegt sich kaum. Nice! Zwei Viecher instant. Und hier muss man mit Bomben durch. Gut, dass ich hier nochmal hergekommen bin, sonst hätte ich mich die ganze Zeit gefragt, hm, was war da drüben, was war da drüben? Hätte man da vielleicht zuerst hergemusst, um Bonus-Content zu sehen? Nein! Man muss zuerst hier lang, wo die beiden Dudes rumgammeln. Moin! Alles klar. Da gibt's eine Truhe. Und da? Einen roten Rubin. Nice! Gip her! Sick! Ja, Link, du musst mal wieder dumm machen. Nice Sounds auf jeden Fall auch, dass wenn man mehrere Gegner hintereinander trifft, dass das dann auch so einen krasseren Sound hat. Wißt du, was ich meine? Ja, hat man ja gerade gehört. das ist... So, hau ab. Hau ab. So. Zack. Oh. Okay. Jetzt zieht sich die Lara zurück. Sehr nice. Aber jetzt bitte wieder hoch. Hallo? Gut. Und hoch mit dir, Link. Ich finde, die Abstände hätten sie ruhig etwas kürzer machen können. So. Und. Oh, Moment. Rubin. Ja. Sehr gut. Und hier die... Auf die Bomben treffen wir auch schon. Nur sind es hier Pflanzen. Und was hast du zu sagen? Hm, ich habe ich hier noch nie gesehen. Ah. Gehörst du etwa zu diesen roten Kerlen? Nö. Du siehst auch anders aus. Na, du siehst dann deutlich anders aus. Was führt dich hierher? Bist du wegen der Donnerblumen hier? Jopp. Hier in der Gegend findest du besonders starke Exemplare. Hier wachsen so viele. Nimm dir einfach so viele, wie du brauchst. Wahrscheinlich weißt du es schon. Aber wenn du sie durch Drücken von nah aufhebst, explodieren sie nach kurzer Zeit. Du kannst sie wie Krüge werfen oder rollen. Probier es aus. Kann sein, dass du nicht weißt, wie man etwas rollt. Nee, sag mal. Wie weißt du das denn nicht? Zum Glück bin ich ja da. Wenn du eine Donnerblume hast, halte sie dann nach oben. Eine Linie zeigt dir genau an, wo die Donnerblume landen würde. Also brauchst du nur noch dein Ziel anvisieren und werfen. So eine Linie erscheint, aber auch die Donnerblume nach unten hältst. Ah, okay. Also, dann lass es mich mal ausprobieren. Okay. Man muss den Joy-Con einfach nur nach unten halten. Was ich... Okay. Nice. Was ich allerdings unnötig finde, außer man muss die irgendwo drunter rollen, wie hier zum... Aua. Bullshit. Okay, hat jetzt nicht wehgetan, aber ist halt reflexartig, ne? Bis da. Bis da halt. Ja. Man kann sie auch einfach werfen. Das ist einfacher. Dann braucht man auch nicht irgendwie nach unten halten oder so, aber nettes Ginnik. Mal schauen, ob man das dann hinterher auch irgendwo braucht. Und dass wir hier kein Schleim bekommen, das fuckt mich ob. So. Nimm. Nimm. Nice. Das hat geklappt. Ich hätte mir auch denken können, dass es so hoch ist, dass man da wirklich die Bomben braucht. Ich mein, ist kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dass es hier Bomben gibt, oder? Also bitte. Wer das nicht weiß, der hat noch nie Zelda gespielt. Ganz einfach. So. Und weiter geht's. Fünf Rubine konnten wir da mitten nehmen. Okay. Sehr schön. Ähm. Aber ich hatte mir etwas mehr erhofft von dort. Naja, was soll's. Hier die Statuen können wir eigentlich auch links liegen lassen. Ich denke mal nicht, dass man hier immer zwangsläufig speichern muss, weil es gibt ja auch das Zwischenspeichern. Also lassen wir's einfach mal sein. So. Was ist mit dir? Oh. Noch ein Fremder, der nicht zu den roten Kerlen gehört. Erst vorhin ist ein seltsam gekleideter Mensch in das Loch da geklettert. Oh nein. Du glaubst, das könnte dann eine Freundin gewesen sein? Lass mich nachdenken. Wie sah dieser Mensch noch gleich aus? Hm. Also er war schwarz gekleidet. Aber wer kann ich dir auch nicht sagen? Ah, das dachte ich mir nämlich schon. Ibrahim, der Drecksack. Den machen wir auch nochmal ein zweites Mal fertig. Das ist mir scheißegal. Der kriegt nochmal aufs Maul. Was ist das denn? Oh, ist der süß. Ne. Du Drecksau. Du Drecksau. Kriegst Feuer unterm Arsch. Okay. Ja. Ja. Jawoll. Schön gemacht, Link. Hat er was gedroppt? Nein, natürlich nicht. Warum, warum auch? Warum sollten die endlich mal was droppen, hä? Warum sollten die was droppen? Ist doch scheißegal. Komm. Lass ihn doch die Viecher alle einfach umsonst killen, weißt du? Lass sie doch einfach nur verdammt nervig sein und das war's. Müssen wir irgendwas machen? Oh, ist noch so ein Stein? Hallo. Ey. So. Ein Artefakt. Besser gesagt. Alles klar. Das vierte. Mittlerweile. Bin echt mal gespannt, wie viele es noch hier gibt. Und da oben ist ein Herzteil. Komm mal da ran. Können von dort oben dann irgendwie runterspringen. da kommen wir dann schon hoch? Dann müssen wir da auch wieder backtracken. Nein, was für eine Quatsch. Nein, dreh dich um. Okay. So. da können wir nicht hoch, ne? Nein, ist zu hoch. Und hier können wir aber runter. tschüss. Tschüss. Jawohl. Schöner Wurf. Schöner Wurf. Schöner Wurf. Besser gesagt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da hoch können. einen Eldin Skarabeus. Ja, ich hätte aber gern noch einen. Darf ich den anderen auch noch? Nicht, wenn die Bewegungssteuerung so absolut scheiße ist. Gut, da habe ich ihn. Dankeschön. Nein. Und ich habe jetzt endlich mal einen Glibber erhalten. Nicht besonders hübsch, aber für eine Vielzahl von Dingen verwendbar. Eine Fresse. Also ich heute nicht mehr lesen kann vernünftig, ne? Idiot. Was ist das für ein Ding? Er versucht sich doch das safe zu verstecken, der Arsch. Nein. Ah, okay. Link, was tust du? So. Ach, ist hinterher gelandet, ne? Ach so! Komm, rollen. Ah, wunderbar. Schönes Ding und hier. Hier versteckt sich ein Rubin, den nehme ich aber noch mit. Die Dinger brennen auch besonders lange. Schön. So, fünf Rubine. Kann ich dann nicht hoch? Nein, aber brauche ich auch nicht. Ich kann hier nämlich runter und mir das Herzteil gönnen. Du hast ein Herzteil erhalten. Wunderbar. Okay, dann lassen wir einfach hier runter und dann hier weitergehen. Okay. Müssen wir hier die Mauer springen? Ah, sie sind hier, sie sind hier! Oh, du bist ja gar kein roter Kerl. Musst du dich so anschleichen? Ich bin da voll speed drüber gesprintet über die Brücke. Entschuldigung, bei letzter Zeit reiben sich in unserem Revier ganz schön viele Monster herum. Ich bin durch das Loch da hinten hergekommen. Der Weg dahin ist jetzt durch Lava versperrt. Okay. Aber sowas ist kein Problem für uns. Wir graben uns einfach drunter durch. Clever, was? Über das Loch da könnte man die Lava auch abfließen lassen, aber es ist nicht so gefährlich. Hopp. Okay. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Oder meins nicht auch? Gut. Dafür werde ich mich jetzt aber anders hinstellen. Link, du Vollzange! Hinsetzen, nicht hinstellen, wollte ich bei einem Moment sagen. kannst du bitte bitte einfach das machen, was ich hier mit meinem Controller mache. Zack. Jawohl. Wunderbar. Und wenn das hier auch mal das macht, was ich drücke, dann funktioniert das auch. Und da könnten wir jetzt theoretisch weiter, aber ich gehe erst mal hierher, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir hier einen Rundgang machen. einen Scheißdreck können wir können wir Na gut. Dann müssen wir hier anscheinend doch rein. da ist ein Link. Hör bitte auf. Danke. Okay. Okay, 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 geil. Und wir finden ein Eldienerz. Ein äußerst hartes und robustes Erz, das glitzert, lässt sich gut weiterverarbeiten. Ja, stimmt. Wir brauchen ja einen Eldienerz, um das Schild zu upgraden. Ist da voll auf dem Boden geklatscht, aber juckt ihn nicht. Schöne Arbeit, Link. Okay. Ja, nice. Kann ich hier irgendwo da hinwerfen? Kann das sein? Link will sich halt nicht vernünftig drehen und wenn er sich so schnell dreht, dann denke ich auf einmal, gut, jetzt ist mega krass von der Bewegung her und dann dreht er sich auf einmal gar nicht mehr. So ein Dreckskerl. Aber na gut, dafür hat er die Truhe und das Artefakt echt gut geholt. Und hier könnten wir nochmal nach oben. Brauchen wir aber nicht. Obwohl Ja, komm doch. Bevor da irgendwas ist und ich das dann verpasse, gehen wir nach oben und lassen uns dann nochmal runterwerfen. was zum Okay, schönes Detail. Schönes Detail. Schönes Detail. Ich dachte, man fliegt immer so ausgebreitet runter, dass man steuern kann. Aber nein. Wenn man sich einfach so runterfallen lässt, dann wird das so in den Ladebildschirm übernommen. Nice. Es wird nicht übernommen, wohin man sich fangen lässt. Ah ja, okay. Und hier brauchen wir ein Item. Aber ich denke, dann wird da auch was Besonderes sein. Wenn wir da Extras-Items benötigen. Wir können gar nicht so weit werfen. Okay. Ja, komm. Dann wird da nichts sein. Oder vielleicht was Kleines irgendwie. Vielleicht ein Rubinenroter oder was auch immer. Unglaublich. Die machen hier, was sie wollen. In unserem Revier. Ah. Erschreck mich doch nicht so. Ach, du suchst eine Freundin von hier? Da kann ich nicht helfen, du. Hier ist nämlich niemand vorbeigekommen. Vielleicht ist deine Freundin ja da oben entlang gegangen. Äh. Kann nicht irgendwer diese roten Kerle vertreiben? Jop. Ich mag die auch nicht besonders. Diese Dreck ist so klein. Das Lackier hat das einfach kaputt in meiner Bude. Weil ich das Schwert benutzen will. Okay. Aber ich bleib dabei. Ich mag die Bewegungssteuerung. Und benutze sie sehr gern. Auch wenn es manchmal rumspackt. Aber dafür hat man ja den Quick-Button, um das nochmal zu fixen. Man muss nicht in irgendeinen scheiß Bildschirm, um nochmal zu rekalibrieren oder so, um dann zu sagen, ja, der Fokus ist nicht mehr da, wo er sein soll. Sondern man kann das einfach über einen Button machen. Sehr schön gelöst. Aber noch schöner wird gelöst, wenn das auch funktionieren würde, wie es soll. So. Wahrscheinlich haben die das bei den Bildschirmen geplant und dann haben sie sich so gedacht, äh, das funktioniert so oft nicht, dass wir es auf den Button legen. Ich trau meinen Augen nicht. Alle besiegt. Jupp. Du bist ja ganz schön stark. Danke für deine Hilfe. Wir morg mal lassen uns nicht lumpen, wenn uns jemand hilft. Wie kann ich dir für deine Hilfe danken? Rubine, hilf mir. Hilf mir? Wo mithelfen? Rubine, hilf mir. Komm, ich will wissen, wie viele Rubine... Rubine? Rubine? das ist, was du willst? Das wird meinem Dank nicht gerecht. Ich hab da was anderes. Ah, okay. Tatsächlich. Moment. Ich hab's doch hier irgendwo. warst du nicht gut. gut. Ich wollte ich wollte doch nur wissen, was du dann sagst, weil ich weiß das noch vom letzten Mal, dass er einem nämlich die Klauen gibt. Das heißt vom letzten Mal, von keine Ahnung, über vier, fünf Jahren oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe, deine Freundin ist nicht an den roten Kerlen in die Hände gefallen. An den roten Kerlen gestorben, wollte ich sagen. Aber nein, das schreiben die nicht ein. Graben. Äh. Oh, Rubine. 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 Und zwar schön viele Rubine. Nice. Geiles Secret. Und ich würde auch gerne hier drüben mal graben, weil da gab's ja noch die Dinger. Irgendwo musste man noch graben, ne? Irgendwo hatte ich das noch im Sinn. Da meinte ich noch so, ah, schon wieder Backtracking, ne? Äh. Kann das sein, dass es im Wolkenhort war? Hm. Ich weiß es jetzt nicht. Äh, mehr. Besser gesagt. Genauer gesagt, was auch immer. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ganz genau. Äh, aber irgendwelche Stellen werde ich mir auf jeden Fall dann nochmal Offcam raussuchen. Ähm, also Backtracking, was Backtracking betrifft, da werde ich Offcam nachschauen und dann euch das reinschneiden oder was auch immer. Was auch immer. Keine Ahnung. Was auch immer. Keine Ahnung. Ben Bei Battcommittee Bei 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 bei